Letzten Jahren war nicht so einfach für mich. Wirklich. Nichts Corona, ne? Corinna. Meine Freundin kam damals zu mir, weil ich werde es nie vergessen. Hätte mir so Duftstreifen unter der Nase. Riecht wie faule Eier. Es ist von Chanel. Und er sagt, sie ist von Schrage gestern. Frauen schicken so ein Schraub. Ein paar Männer überlegen. Ja, war kein Duftstreifen. War Schwangerschaftstest. War positiv, also negativ. Weil positiv, also schwanger. Ich sage meine Freundin, es ist bestimmt damals passiert auf der Flugzeugtoilette. Auf der Flugzeugtoilette. Der Pilot wurde notlanden wegen Turbulenzen von dem Wetter. War nichts, der Wetter. Wir sind so clever. Vielen Dank.